Was geht ab, Leute? Dein ist hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. Wir feiern 100 Folgen TCG Aktuell. So sieht's aus. Dies ist die 100. Episode des Yu-Gi-Oh!-News-Formats, welches ich euch regelmäßig immer wieder sonntags um 18.30 Uhr um die Ohrenballer. Lasst uns gemeinsam zelebrieren. Ich freue mich mega, dass dieses Format seit jeher so gut bei euch ankommt. Sehe ich immer wieder in den Kommentaren. Sehe ich natürlich auch anhand der Likes und der Klicks. Ihr seid der absolute Hammer. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen von euch da draußen, dass ihr meine Wenigkeit und dieses Format so geil unterstützt. Wer von euch zum ersten Mal hier ist? Ja, es ist ein Yu-Gi-Oh!-News-Format, welches ich euch wöchentlich um die Ohrenballer jede Woche sonntags 18.30 Uhr gibt es hier die News der vergangenen Woche zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Im Anschluss machen wir einen Market Watch. Klar, wir springen auf Card Market und schauen uns die verrückte Achterbahnfahrt der Kartenpreise an. Und für all diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, lasst mir doch gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil dieser extrem geilen Community werdet, dass wir gemeinsam weitere 100 Folgen TCG Aktuell zelebrieren können. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Damit auch genug von mir. Lasst uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Und damit starten wir mit den ersten News der vergangenen Woche. Und zwar sprechen wir noch einmal über das Deck-Building-Set Wild Survivors, welches bei uns am 1.6. erschienen. Auf Yu-Gi-Oh! Card EU gibt es eine kleine Giveaway-Aktion. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Foto eurer Yu-Gi-Oh!-Sammlung posten, dann Yu-Gi-Oh! Card EU taggen und den Hashtag My Yu-Gi-Oh! Collection inkludieren. Wir machen weiter und sprechen über das nächste Set, welches bei uns am 22.6. erscheint, und zwar Battles of Legend Monstrous Revenge. Jede Menge neue Karten, die dort Tag für Tag enthüllt werden. Es sind eigentlich Karten, die im OCG in Animation Chronicles 2023 erscheinen. Aktuell gehen wir davon aus, dass diese auch in Battles of Legend Monstrous Revenge erscheinen werden. Dies ist jedoch noch nicht hundertprozentig bestätigt. Auf cardcluster.de finden wir jedoch die gesamte Kartenliste zu Battles of Legend Monstrous Revenge und dort sind einige der Karten aus Animation Chronicles zu finden. Diese Woche sollte es die Influencer Openings geben. Spätestens dann wissen wir mehr. Dann sprechen wir über das Structure-Deck The Crimson King, welches bei uns am 21. September erscheint. Eine weitere Karte wurde enthüllt, und zwar Fiendish Golem. Eine normale Fallenkarte, die das Deckthema supporten soll. Wir sprechen über eine weitere Karte, die im OCG erscheinen wird, und zwar am 4. August. Wir sprechen über ein Link 2 Feuerkriegermonster, welches dort im OCG Structures Volume 7 erscheint. Dann sprechen wir über die neue V-Jump-Promokarte, die fürs Cyberdrachendeckthema V gemacht ist. Ob diese Karte dem Deckthema tatsächlich gut tut, wissen Cyberdrachen-Fans am besten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Karte haltet. Dann sprechen wir über das nächste Corset, welches im OCG bereits angekündigt worden ist. Dieses erscheint dort am 22. Juli, und zwar Age of Overlord. Dort wurde unter der Woche neuer Visa Starfrost und Manadium Support angekündigt. Jede Menge sehr, sehr geile Karten, die das Deckthema auf ein neues Level heben werden. Wann Age of Overlord hier bei uns im TCG erscheint, ist aktuell noch unbekannt. Als nächstes sprechen wir über die European World Championship Qualifier, die in Utrecht dieses Jahr stattfinden. Und zwar wird das die Teilnehmermatte sein, die ihr bei der Anmeldung für die WCQ in Utrecht bekommt. Und für den Top-Cut wird es diese wunderschöne Matte mit dem Evenly-Matched-Design geben. Als nächstes sprechen wir über neue Münzen, die bei YCSen verteilt werden. Und zwar die sogenannte Pre-Registration-Coin. Wer davon bereits eine zu Hause hat, der weiß, wie die Dinge aussehen. Und hier sehen wir neue Designs, die wir demnächst bei den zukünftigen YCSen erhalten werden. Dann sprechen wir ganz kurz über Master Duel. Ein neues Selection Pack wurde veröffentlicht. Climax of the Showdown. Im selben Atemzug ist die neue verbotene und limitierte Kartenliste online gegangen. Wir sehen hier verboten, Cyberstein, Smoke Grenade of the Thief und Terraforming. Auf 1 limitiert sind Keldo, Mudora, Agido und die beiden Bistils Magnamut und Druiswurm. Sehen wir limitiert. Sprite Blue, Cyber Angel Band 10, Nadir Servant, Metaverse und Gearsu the Orcus Magnite. Die Liste ist seit dem 08.06. aktiv. Als nächstes sprechen wir über Duel Links. Ein weiterhin sehr, sehr beliebtes Spiel. Und zwar findet dort ebenfalls die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft statt. Ihr könnt dort jede Menge Preise, Rewards und sonstigen Inhalte freischalten und bekommen. Und unter anderem fanden jetzt auch die Regional Qualifier statt. Wer also bei Duel Links an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte, der sollte sich jetzt einloggen und das Spiel grinden. Wir machen weiter mit Merchandise News. Und zwar findet ihr hier zum 25. Jubiläum einen Re-Release der Dual Disc. So sieht das Ganze aus. Wer von euch das Ding haben möchte, sollte sich die Dual Disc in den Staaten vorbestellen. 112 Dollar kostet das Teil an dieser Stelle. Dann haben wir hier noch eine Decke im Blue Ice White Dragon Design. Sieht tatsächlich auch sehr, sehr nice aus. Müsst ihr ebenfalls in der USA vorbestellen. Kostet 50 Euro plus Versand und Zollkosten, die dann noch auf euch zukommen. Dann gibt es bei U2s kleine Yu-Gi-Oh! Anime-Figürchen in unterschiedlichsten Designs. Kosten 30 Dollar das Stück, sind alle limitiert. Wer welche davon haben möchte, sollte auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Vorbestellen kann man die Dinger schon. Versandt werden diese Dinger zwischen dem 8. Oktober und dem 7. November. Wir machen weiter mit einem neuen exklusiven Funko-Pop. Und zwar gibt es bei hottopic.com den Blue Ice Ultimate Dragon als Funko-Pop. 30 Dollar kostet das Ding, plus Versand und Zollgebühren, die da ebenfalls noch auf euch zukommen. Checkt hottopic auf jeden Fall mal aus. Dort gibt es jede Menge geilen Anime-Kram. Wir springen nach Japan und zwar in den Kuiper Corporation Store. Dort gibt es wöchentlich neuen Merch zu erstehen. Unter anderem diese wunderschöne Millennium-Puzzle-Kette. Keine Ahnung, was man damit anstellen soll. Geldbeutel, Schrägstrich Deckbox. Ich weiß es nicht, aber wer da Bock drauf hat, kann das Teil auf jeden Fall im Kama Corporation Store bestellen. Wir machen weiter mit Neuigkeiten aus Japan. Und zwar gibt es im Hobby-Japan-Shop Yuma Tsukumo als wunderschöne Resin-Figur. Sieht tatsächlich sehr, sehr nice aus, das Teil. 22.000 Yen kostet das Ganze. Plus natürlich Versand und Zollkosten, die da noch auf euch zukommen. Aber so ein Ding im Regal stehen zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Darüber hinaus wurde noch eine Jaden Yuki-Figur angekündigt. Und jede Menge weitere kleine Figürchen, die ihr demnächst im Hobby-Japan-Shop kaufen werden könnt. Und als nächstes sprechen wir über ein neues Collectable des Dark Magician Girls. Ja, sehr geil. Sieht das Ganze aus. 37 Zentimeter hoch ist das Ganze. Wunderschöne Detailarbeit. Tatsächlich hier an dieser Stelle ebenfalls eine Resin-Figur. Ob das Ganze irgendwann in Deutschland zu kaufen sein wird, ist unbekannt. Allerdings könnt ihr davon ausgehen, dass die bekannten Importeure diese Figur demnächst auf Lager haben werden. Dann machen wir weiter mit der 25th Anniversary Ultimate Kyber Set. Ja, ein Koffer, der die drei blaue gegen weißen Drachen beinhaltet. Was mich tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass wir nicht sehen, wie diese drei blaue gegen weißen Drachen aussehen werden. Dennoch ist das Ganze ein extrem geiles Sammlerstück. Kann noch vorbestellt werden und wird dann Anfang 2024 ausgeliefert. Kostet 400 Dollar im Vorverkauf das Ganze. Nach Release wird das Ganze bestimmt das Doppelte oder Dreifache kosten. Und wer von euch Bock auf Yu-Gi-Oh! 7s hat, der kann sich das Ganze in englische Sprache auf Hulu reinziehen. Dort gibt es die gesamte Staffel von Yu-Gi-Oh! 7s, wo das Spiel Rush Duel gespielt wird. Und zu guter Letzt nochmal Werbung für die Kollegen von Sleeve Chief, denn dort gibt es heute wieder neue Produkte, die online gehen. Checkt die Jungs auf jeden Fall mal aus. Unten findet ihr den Link in der Beschreibung zum Shop, wo ihr die neue Ware finden könnt. Na, das war doch mal eine interessante Woche zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Und jetzt springen wir, wie versprochen, auf Card Market und machen den Market Watch. Wir starten mit der ersten Karte und zwar sprechen wir über Xenozentrum. Die Ultra-Rare aus Wild Survivors steigt weiter im Preis. Eine neue Karte, die ihr für das Dino-Deck benötigt. Drei Stück davon spielt ihr in der Regel in eurem Deck. 31,85 die Kopie, das erste Playset hier an dieser Stelle. Ein extrem heftiger Preis, eine Karte, die in naher Zukunft vom Preis nicht fallen wird. Denn die Dinosaurier sind ein sehr, sehr beliebtes Deck-Thema. Und Ground Xeno ist auf jeden Fall eine Karte, die das Deck auf eine neue Ebene hebt. Dann sprechen wir über Fels des Bezwingers. Ja, wir sprechen noch über ein paar weitere Wild Survivors-Karten. Und zwar über das Bezwinger-Deck-Thema. Fels des Bezwingers, die Link-1-Karte spielt ihr auf drei in eurem Extra-Deck. Wir sehen hier am Preisgreifen, dass die Karte weiterhin nach oben steigt. 24,48 die Kopie im Playset an dieser Stelle. Setze deine Seele genauso am Steigen. 25 Euro die Kopie im Playset. Dann fliegen wir nochmal über die ganzen anderen Ultra-Rares aus dem Main-Deck. Bezwingersäle Rasen. Bezwingersäle Doktor Wahnsinnige Liebe. Bezwingersäle Schwerer Borger. Ja, das sind alles Karten, die tatsächlich im Preis gestiegen sind, weil sie aber auch in den vergangenen Tagen immer wieder Erfolge auf Locals oder Nationals eingeholt haben. So, wir sprechen über ein weiteres Deck-Thema, welches ein sehr, sehr guter Pick für die kommende deutsche Meisterschaft ist. Und zwar Schwerzseele. Schwerzseele-Oberherrscher Zheng Jing aus Magnificent Mavens. Die Ultra-Rare steigt ebenfalls im Preis. Wir sind hier bei 2 Euro die Kopie. Dann sprechen wir noch über eine Karte, die wahrscheinlich die beste Super-Rare ist, die dieses Jahr geprintet wurde. Und zwar der Zeitreisende Morganit. Ja, eine Karte, die nicht viele Decks nutzen können, aber eine Karte, die gegen das ein oder andere Deck durchaus gut sein könnte. Aktuell 2,90 Euro die Kopie. 3,49 Euro die Kopie im Playset. Dann sprechen wir über den Chaos Angel. Die Secret-Rare aus Cyberstorm Access ist weiterhin am Steigen. Wir sind hier bei 46 Euro, 46 Euro, 47, 98. Die Karte geht schnurstracks auf die 50 Euro zu. Und danach wird es relativ teuer. Wir sind hier dann schon bei 55 Euro. Tatsächlich ist natürlich eine Karte, die nicht vor Ende nächsten Jahres einen Reprint bekommt. Dementsprechend teuer wird sie auch für die nächsten Tage und Wochen bleiben. Und natürlich jetzt so kurz vor der Deutschen Meisterschaft, wo jeder diese Karte haben möchte, ist die Karte natürlich ganz oben im Preissegment angesiedelt. So, wir sprechen über die Schrott-Schimäre. Warum? Weil diese Karte aktuell gekauft wird. Scrap ist nämlich unter anderem eine Variante, die man mit Dinos spielen kann. Je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet, ist die Schrott-Schimäre natürlich eine Karte, die man unbedingt haben muss. Aktuell ist die Karte bei 25 Cent, also noch relativ günstig zu haben. Die Unterwelt gehört in der geschlossenen Welt. Eines der Most Underrated Link-Monster, welches wir aktuell im Yu-Gi-Oh! TCG haben. Aktuell bei 3 Euro, 3,25 Euro, 3,28 Euro die Kopie. Wir sprechen nochmal über Himmelsjäger, Mobilisierung, Verbindung. Die Karte ist weiterhin am steigen. Was ist hier los? Der eine oder andere ist jetzt doch auf Sky Striker gesprungen, nachdem Karten von der Bandlist zurückgekommen sind. 10,50 Euro aktuell die Kopie im ersten Playset. Apolusa, Bogen der Göttin. Eine Karte, die sich sehr stabil hält bei 7,40 Euro, 7,48 Euro, 7,49 Euro. Zum Release ging die Karte für um die 6 Euro über den Ladentisch. Ist aktuell wieder gestiegen und geht langsam, aber stetig auf die 8 Euro zu. Dann sprechen wir über Nummer 41 Begusca, die Gold Letter Rare aus Maximum Gold Eldorado. Mittlerweile bei 1,70 Euro, 2 Euro. Vor kurzem auch wieder im Preis gefallen, denn nicht mehr so relevant in der aktuellen Meta. Dennoch gibt es das ein oder andere Deck, das diese Karte weiterhin spielt. Und das heißt, ihr müsst auf jeden Fall etwas tiefer in die Tasche greifen, als vielleicht noch vor einigen Wochen. 2 Euro kostet der Gute aktuell für euch. Dark, der finstere Zauberer in Düster. Eine Karte, die sich weiterhin stabil im Preis hält. 3,45 Euro, 3,50 Euro, 3,60 Euro, 3,60 Euro, 3,70 Euro. Wie wir hier sehen, auch vor kurzem wieder angestiegen. Die Karte weiterhin sehr, sehr relevant. Der nächste Reprint sollte allerdings in der Tin dieses Jahr erscheinen. Ob es eine Ultra Rare oder vielleicht doch nur eine Rare wird, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Dann sprechen wir nochmal über Blitzsturm. Eine Karte, die wieder so einen Hauch im Preis gestiegen ist, nachdem sie von der Banlist von 3 auf 2 gesetzt wurde. Zwei Kopien aktuell für 10,50 Euro, die Kopie zu haben. Und dann sprechen wir noch über eine Karte, die unterm Radar fliegt, aber im Hintergrund auf jeden Fall vom Preis langsam steigt. Und zwar strickscharf. 1,75, 1,85, 1,89 hier die Kopie der Rare aus Ignition Assault. Die Ultra Rare aus Battles of Legend Armageddon ebenfalls bei 2 Euro die Kopie. Und die Prismatic Secret Rare aus der 2021er Tin of Ancient Battles ebenfalls bei 1,99 die Kopie. Und damit beenden wir auch den Market Watch. Eine weitere Folge TCG aktuell geht zu Ende. Ich wünsche euch einen spitzenmäßigen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst es auf jeden Fall so ordentlich krachen. Macht das Beste aus den kommenden sieben Tagen, bevor wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.